Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe Der Filmkritiken hier beim Telestammtisch Yeah, wir sehen einen deutschsprachigen Audio-Podcast, der so ziemlich alle Kinostarts, die in Deutschland anlaufen, für euch bespricht Und das sind dann natürlich auch Filme, die jetzt nicht nur die riesengroßen Blockbuster sind, sondern auch mal kleinere Dokus, kleinere Indie-Filme und vieles weitere Und vor allem aber auch haben wir regelmäßig neue Gäste Unter anderem die Felicitas, die zusammen mit Andi und Mike den Film Berlin Alexanderplatz besprochen hat Ein Film, der auch schon echt von einer halben Ewigkeit ins Kino kommen sollte Dadurch ist die Besprechung auch schon ein paar Tage alt Die haben den Film nämlich in der Presseverführung sehen können Und jetzt kommt er eben endlich in die Kinos Ein Film, der wirklich vorab schon einiges an PR bekommen hat Er lief glaube ich auch im Wettbewerb der 70. Berlinale Und ja, kriegt einfach jede Menge PR ab Wird gut besprochen, wird schlecht besprochen Ist auf jeden Fall ein streitbarer Film Und ich denke, das ist ein Film, den man unbedingt gesehen haben sollte Wenn man sich mal mit modernen, aktuellen deutschen Film beschäftigen möchte Und sich damit nicht eben immer nur mit derselben, sag ich mal, Humorschublade beschäftigen möchte Sondern eben vielleicht mal was anderes erleben möchte Mit Jelle Hase in einer der Hauptrollen und noch vielen weiteren Personen, die hier mitspielen Ist das Ganze auch sehr hochwertig besetzt Im Anschluss gibt es die Besprechung des Films Live in Concert Volume 2 Und dreimal dürft ihr raten, warum er Volume 2 heißt Also genau wissen wir es nicht Was wir wissen ist, dass es eigentlich kein Volume 1 gibt Und Volume 1 quasi nachträglich erstellt werden soll Also ist das hier mehr so eine voll coole Option gewesen Den Film ganz spaßig zu benennen und so Das ist alles, was ich zu dem Film weiß Außer dass der Trailer total beeindruckend ist Und es geht eben auch um das Retten von kleinen Kneipen und so Und Kneipen haben es ja gerade auch sehr schwer Genau wie die Kinos Hört doch am besten mal genau hin Was Peter und Mo für euch da zu sagen haben Die den Film nämlich vorab als Pressescreener sichten konnten Zu guter Letzt im Anschluss und quasi als großes Finale Gibt es die Besprechung der zweiten Staffel von Mr. Iglesias Und ich glaube, das ist eine Comedy-Serie, die auf Netflix läuft Von der ich tatsächlich noch nie was gehört habe Und ich bin echt immer mal auf Netflix Aber irgendwie ist das absolut an mir vorbeigelaufen Im Gegensatz zu Kenny und René Die beiden kennen nämlich diese Serie Schauen die auch und wollten für euch unbedingt Staffel 2 besprechen Und auch wenn die jetzt vielleicht schon ein paar Wochen am Start ist Sollte das doch kein Grund sein, warum sie das nicht für euch tun sollten Yo Leute Das ist jetzt eure Gelegenheit, wo ihr uns mal Feedback hinterlassen könnt Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload Könnt ihr euch melden Und uns sagen, wie ihr die Besprechung findet Wie findet ihr es, dass wir wirklich alles besprechen Und was wir alles besprechen Und habt ihr das selbst überhaupt auch schon gesehen All das möchte ich von euch wissen Möchten wir von euch wissen Denn wir sind ein großes Team von inzwischen fast wieder 50 Leuten Also wir haben wirklich jede Menge Kolleginnen und Kollegen am Start Und wir freuen uns mega drauf, von euch zu hören Ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitbringt Dann bewertet uns doch noch auf Facebook, Facebook, Google.de oder bei Podcast.de Überall dort kann man Podcasts bewerten Und bewerten ist total gut Ne? Weißt du Bescheid? Ladies and Gentlemen, es war meine wahre Freude Und bis zum nächsten Mal Herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch Wir besprechen heute einen Film Den wir alle schon vor längerer Zeit gesehen haben Der aber durch Corona und Kino-Lockdown und so weiter Immer wieder verschoben wurde Jetzt steht aber anscheinend ein Kinostart fest Und zwar der, ich glaube, 25. Juni oder so Mitte, Ende Juni Und wir versuchen jetzt einfach, uns nochmal daran zu erinnern Und mit wir meine ich unter anderem Meinen letzten Kollegen, den Mike Und dann haben wir noch einen ganz besonderen Special Guest Eine Special Guestin mit dabei Die habe ich nämlich gleich nach der PV dazu eingeladen Weil zuerst dachte ich, hätte den Film jetzt nur alleine gesehen In der Tele-Stammtisch-Redaktion Wollte aber nicht alleine drüber sprechen Weil es zu dem Film dann doch viel zu erzählen gibt Und ich kam da so ein bisschen erschlagen aus dem Kino Dachte mir, da brauche ich kompetente Unterstützung Und habe dann die Felicitas von Artishot gefragt Hallo Felicitas Hallo ihr beiden Ja schön, dass du dabei bist Magst du erstmal kurz vielleicht für unsere Zuhörer kurz erklären Was du da sonst noch so machst Also du bist ja auch in diesen Münchner Pressevorführungen öfter mal mit dabei Da haben wir uns ja schon öfter vielleicht mal gesehen Und genau für was du diese Filme schaust Also zuallererst schaue ich sie natürlich für mich selbst Weil ich wahnsinnig gerne ins Kino gehe Und dann mache ich halt bei Artishok mit Das ist ein Filmmagazin, was es schon ganz lange gibt Und da gibt es halt im letzten Jahr die Art der Shots Das sind Filmkritiken, die nicht im Textformat erstellt werden Sondern im Videoformat Und da sind der Axel Timo Po dabei und der Sedat Aslan Und wir machen das zu dritt Also vor Corona mal so ein bis zwei Wochen Und dann laden wir halt Gastrezensentinnen und Gastrezensenten ein Und da ist der Stefan Rutz ganz oft dabei Und die Eva Blaut Und noch andere, die da immer zu eingeladen werden Und dann über die Filme sprechen Die ihnen gerade ganz besonders am Herzen liegen Und dann mache ich auch noch bei Radio Lora mit Und da mache ich zur Zeit die Sendung über Filmmusik Da fließen dann die Pressevorführungen und die Filme auch ein Ja cool, also ähnlich wie bei uns Bloß ihr macht das eben auch im Videoformat Und das kann man auf YouTube schauen, richtig? Genau, der Kanal heißt Artishots bei Artishok Okay Ja, haut da mal rein, liebe Zuhörer Ich habe schon ein paar gesehen Das ist immer sehr unterhaltsam und informativ Dankeschön Dann kommen wir erstmal zu unserem Film heute Was haben wir uns denn angeschaut? Mike, magst du mal kurz erzählen, worum es geht? Also nicht, worum es in dem Film geht Das darf dann unsere liebe Gästin machen Aber erstmal so Fakten, Fakten Da hatte ich ja nochmal Glück gehabt Die Story zusammenfassend, da bin ich immer nicht ganz so gut Aber wir haben uns Berlin Alexanderplatz angesehen Also die Verfilmung, 2020er Verfilmung von Regisseur Burhan Kobani Der dort auch das Buch geschrieben hat Basiert natürlich auf dem Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred Döplin In den Hauptrollen haben wir Welket Bungue Ob ich das richtig ausspreche, bin ich mir gerade gar nicht sicher Der eher so einen Theater-Schauspiel-Hintergrund hat Dann Jelaha Ase und Albrecht Schucht Der jetzt auch den Lola gewonnen hat Den deutschen Filmpreis Wenn ich mich richtig erinnere, ne? Ja, ich glaube Oder? Hast du noch was? Das war für Berlin Alexanderplatz und für Systemsprenger? Genau Der hat zwei gekriegt, genau Weil das waren ja die beiden Filme Die waren da so ziemlich, wie sagt man Kopf-an-Kopf-Rennen bei dem deutschen Filmpreis, gell? Aber ich glaube Systemsprenger hat ein paar mehr Naja, egal Ja, war auf jeden Fall ein großes Kino-Event Bei der Berlinale war das ja auch der Wie sagt man Das Gesprächsthema Nummer eins, glaube ich Ja Wart ihr auf der Berlinale? Ich nicht, nein Leider nicht Ich muss auch zugeben, dass die Berlinale So in meinem Gedächtnis eher Als nicht so gut abgespeichert ist Dass da immer Ja Die Filme dort Wie sage ich es jetzt? Ja Nicht allzu spannend sind Oder nicht allzu interessant werden Sagen wir so Ganz Ich glaube zwei Kollegen vom Tele-Stammtisch waren da Kollegin und Kollegin Die haben da so eine So einen Bericht drüber gemacht Und sich da ganz ausführlich drüber ausgetauscht Fand ich ganz interessant Aber ich war da noch nie Und ich Hab das auch nie so richtig verfolgt Ich bin jetzt auch Muss ich gestehen Noch nicht so lange in diesem Film-Business unterwegs Erst seitdem ich hier so ein paar Kritiken für den Tele-Stammtisch immer mache Hab ich das überhaupt alles so richtig auf dem Schirm Aber warst du da, Felicitas? Ne, ich war leider auch nicht da Aber Also ich finde schon, dass da viele interessante Filme laufen Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache Ganz kurz nur Bevor wir über den Film weiterreden Kennt jemand von euch das Buch von Alfred Döblin Dieses Berlin-Alexanderplatz? Ich hab zwei Kapitel gelesen zur Einstimmung Mike? Weiter Weiter bin ich leider nicht gekommen Ich leider nicht Ich hab aber zumindest Weil jetzt ist der Fernsehfilm von Rainer Fassbinder auf Arte verfügbar Der kam jetzt gerade in die Mediathek rein Komplett? Also ich glaube ja Ich will jetzt aber mich nicht festlegen Aber ja Es sind sonst 15 Stunden, die man sich da reinsetzen kann Sollte man sich auf jeden Fall mal angesehen haben Ja, ich kenn's leider auch nicht Obwohl das ja, glaube ich Damals war das ja sogar, glaube ich, Pflichtlektüre an unserer Schule Aber wie man das halt so macht damals, liest man's nicht Auch wenn man soll Aber ich hab mir auf YouTube gibt's die erste Verfilmung davon Die ist ja, glaube ich, aus den 30er Jahren oder so Da gab's ja schon mal eine Verfilmung Von 1931, ja Genau, genau Die hab ich mir so ein bisschen auf YouTube angeschaut Ich glaub sogar komplett Aber vielleicht bin ich mal eingenickt oder so Nicht, weil der Film schlecht war, sondern weil ich einfach ein bisschen müde war oder so Aber ich wollte schon ungefähr wissen, worum es geht Bevor ich mir jetzt die Neuverfilmung anschaue Weil die Idee Die Die Felicitas gleich erklärt Fand ich schon mal sehr interessant Aber Felicitas, erklär doch mal ganz kurz Vielleicht Worum geht's in dem Originalstoff Grob Und was ist der Unterschied zu dem Film jetzt? Ja, also die komplette Story Aus dem Buch weiß ich das auch nicht Ich weiß, also Franz Biberkopf war im Gefängnis Und wird aus dem Gefängnis entlassen Muss sich jetzt nur erstmal in der Neuen Welt zurechtfinden Und begegnet dann eben diesem, der da von Albrecht Schuch gespielt wird Jetzt fällt mir bloß gerade der Name nicht ein Reinhold Reinhold, genau, der böse Reinhold Und der ihn halt dann Also Franz Biberkopf möchte ja gut werden Nach dem Gefängnis, er möchte einfach ein gutes, neues Leben führen Und da kommt ihm dann Reinhold immer wieder in die Quere Mit Drogen Mit Unguter Arbeit Und Prostitution Und führt ihn dann halt Ins Verderben Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Zu kurz zur Zusammenfassung Ach ne, das passt schon Aber wie gesagt Einen kleinen Kniff hat sich ja dieser Burhan Kurbani da Erlaubt Um das Ganze neu zu interpretieren Ähm, ja, also er hat Ich wusste jetzt selber nicht Ich dachte, du wird gerade los Also der Burhan Kurbani hat halt aus dem deutschen Franz Biberkopf Einen Flüchtling gemacht Und er heißt jetzt nicht mehr Franz, sondern Francis Und er kommt auch übers Mittelmeer Landet er halt in Deutschland Und er sagt sich, Gott hat ihn dazu auserkoren Dass er am Leben bleiben darf Und deshalb will er jetzt auch gut sein Und er kämpft halt wie der originale Franz Biberkopf Kämpft er sich durch unsere heutige Zeit Und begegnet halt blöderweise dann auch wieder Reinhold Und dann nimmt das Unheil seinen Lauf Ja, wie ich schon angesprochen habe Also ich fand, ich habe mir halt gesehen Dass das hier Pressevorführung läuft Dachte ich mir, ach das kennt man doch Das schaue ich mir mal an Dann habe ich so die Hintergründe gelesen Den Originalstoff nochmal so ein bisschen angeschaut Worum es geht Und dann halt eben über diesen Kniff Und diese Änderungen da gehört Und dann dachte ich mir zuerst Hey, das ist eigentlich ziemlich raffiniert Und das finde ich bei Remakes cool Wenn die halt so ein Update haben Was irgendwie relevant ist Und zeitgemäß halt irgendwie Und was so einen alten Stoff Mit so einer kleinen Änderung irgendwie So in die Jetzt-Zeit holt Und so Das fand ich schon mal Ich fand die Idee ziemlich cool Ja Aber die Fastbinder-Verfilmung Die war halt irgendwie so brachialer Und so versifter Und einfach schon so Vermorderter Und das hatte jetzt so was sehr Künstlerisches Da stimme ich dir 100% zu Weil jetzt die Neuverfilmung Die ist so Also sie ist unangenehm Nee, nicht unangenehm Sondern unpassend schön Und es passt irgendwie nicht Sich diese Abwärtsspirale Von Franzis da anzusehen Weil es einfach so Sauber geleckt ist Ja, das stimmt Also auch vom ganzen Look her Hat es, wie du sagst So sehr Ja, sehr arthausig Sehr künstlerisch angehaucht Und das passt irgendwie Auch nicht so ganz dazu Okay Ja, ich muss sagen Also es geht ja los Mit dieser Szene Wo Franzis auf dem Mittelmeer ist Und ich glaube Sein Ja, sein Flüchtlingsboot Oder so glaube ich Untergangen ist Oder irgendwas ist passiert Er ist halt im Wasser Und irgendwie seine Freundin Oder seine Schwester Nee, Schwester Er trinkt ja dann und so Aber die ersten zwei Minuten Oder fünf Minuten des Films Das hat mich schon Ziemlich reingezogen Also irgendwie Das war schon sehr intensiv Also die Kamera Und so die Farben auch Das war alles so total rot Und dann war die Kamera Anfangs auf dem Kopf Und das ist so eine ganz Langsame Kamerafahrt Also ich muss sagen So vom Look Und vom Ob es jetzt passend ist Oder nicht Fand ich den schon Sehr Ja, beeindruckend Also sah jetzt nicht aus Wie der Sonntagnachmittag TV-Film Zum Glück nicht Der entwickelt durch Durch seinen Look So eine ganz eigene Sogwirkung Also selbst wenn man Einfach nur so Einen Stillstand Hat in den Bildern Will man trotzdem Weitersehen Also man fühlt sich Ja schon reingezogen Allein durch die Bildkraft Also es ist schon Wirklich gut Und auch gerade am Anfang Was du sagst Ist sehr verwirrend Dadurch dass die Kamera wirklich Auf dem Kopf steht Als Franz es im Wasser Sozusagen so strauchelt Ist man dann doch Erstmal sehr verwirrt Aber ja Wie gesagt Ich wollte jetzt nicht Szene für Szene durchgehen Mir ist halt nur die Anfangsszene so In Erinnerung geblieben Weil ich die so Intensiv fand Halt irgendwie Ja Aber Dann geht es ja Relativ schnell los Wie man ihn dann in Berlin Halt im Flüchtlingsheim Sieht oder so Und er muss halt dann Eine Arbeit aufnehmen Als Was macht der da Fabrikarbeiter Irgendwie sowas Oder Bergbau Unter Tage sind die doch Oder Genau Stimmt Und da lernt er dann eben Diesen Reinhold Kennen Eben gespielt von Alfred Schuch Die mir das erste Mal Durch Systemsprenger Aufgefallen ist Und so Ja und das ist Darüber kann man sprechen Also das war schon Der hat jetzt auch Seinen Preis gewonnen Und so Und die Darstellung Ich habe ihn zuerst Auch nicht erkannt Das ist gut Und das war schon Sehr speziell Ich finde er hat das Hervorragend gespielt Ja Ja ich bin Genau Also Sag du noch Du wolltest noch was sagen Entschuldigung Also ich fand den Schuch Hervorragend in dieser Rolle Und gerade auch Nach Systemsprenger Und dann hatte er da auch So ein Von mit dem Mist Wo er so einen Sohn Gespielt hat Ich kenne nur Systemsprenger mit dem Also den Schuch fand ich Also in dieser In dieser Windigkeit Und in dieser Menschlichen Abgründigkeit Aber trotzdem Diese Sogwirkung Die er dann immer Auf die Menschen ausgeübt hat Dass die ihn zwar Irgendwie gehasst haben Aber trotzdem Sich immer wieder In seine Fänge Begeben haben So eine ganz Merkwürdige Faszination Die er ausgestreit hat Ja genau Ja das fand ich komisch Also ich fand Ich kann jetzt natürlich Auch nicht sagen Dass der das nicht gut gespielt hat Natürlich hat er das gut gespielt Ich kann damit nur Überhaupt nicht klar Also irgendwie Ich habe mich immer gefragt Was wollen die von dem Also jetzt zum Beispiel Dieser Franzis Ist ja ein Keine Ahnung Ein starker Kompetenter Typ Und so Und das kann man aber Natürlich auch so interpretieren Weil ich meine Er hat halt nichts Und er will es schaffen Und er will an Geld kommen So schnell wie möglich Und dann wendet er sich Sogar an diesen Freaky Typen Der ihn ja auch anfangs So ein bisschen beleidigt Und dann die ganzen Flüchtlinge In dem Heim Halt immer so komisch Ja der beleidigt sie doch Immer anfangs so Gell Das ist auch Und ist Oh sorry Ja auf jeden Fall Dadurch dass er halt So komisch gebückt geht Und irgendwie Dass er auch nur spielt Lernen wir später Und so Und ist dann auch noch Voll der Psycho Und hat irgendwelche Sexuellen Störungen Und so Und ich dachte mir immer so Ey Also wieso hat der so So eine Ausstrahlung Dass ihm Dass jeder ihm so hörig ist Also ich würde mit dem Typen Nichts zu tun haben wollen Und wie hat der so eine Macht Über diese Leute Obwohl er doch so ein armes Würstchen ist eigentlich Also das habe ich nicht ganz verstanden Der Typ war mir ein bisschen Zu abgefreakt Irgendwie Also Der bietet den Flüchtlingen Da den ausländischen Leuten Halt ein besseres Leben Und deswegen Denk mal Und deswegen Wollen sie mit ihm zu tun haben Einfach weil er ihnen eine Chance bietet Ja Also ich fand Ich kann das nachvollziehen Eure beiden Punkte Aber ich Also vor allem Albrecht Schuch Fand ich schon super Nur Der Charakter von Franzis Hat da irgendwie Überhaupt nicht dazu gepasst Es wird ja direkt von Anfang Suggeriert oder Ausgesprochen Dass er versucht Ein guter Mensch zu sein Aber dann wirklich So naiv In dieses offene Messer reinrennt Mit breitem Grinsen Im Gesicht Und sich in diesen In die Fänge Des Des Reinholds So freiwillig reinbegibt Und da An jedem einzelnen Punkt Immer wieder gefragt wird Ob er Ob er doch nicht aussteigen will Aber trotzdem immer weitermacht Und Also ich kann schon verstehen Dass man diesen Diesen Sprung Aus der Aus der Misere Aus diesen Drei Quadratmetern Da in diesen In dieser Baracke Da rausschaffen will Aber Wenn er Sozusagen wirklich Am Anfang schon gesagt kriegt Dass er diese Möglichkeit bekommt Noch ein zweites Leben zu führen Und dann aber Wirklich Mit vollem Anlauf Genau da weitermacht Wo er Wohl Letztlich aufgehört hat Kann ich das überhaupt Nicht nachvollziehen Aber er musste erst mal Das neue Land kennenlernen Und Da hat er Die erste Chance ergriffen Und Und hing dann Darin fest Ja ich glaube auch Also wenn ich dann Das Jetzt zum Beispiel Hier in dem Gespräch Dann ausspreche Oder so Oder wenn man sich Dann Gedanken drüber macht Dann denkt Dann kommt mir auch Immer schnell der Gedanke Naja In der Situation Würde man wahrscheinlich Vieles machen Was keinen Sinn ergibt Deswegen kann man sich Wahrscheinlich so Dann meistens erklären Nur während dem Schauen Da gab es dann zum Beispiel Auch die Szene Woran ich mich erinnere Er sagt sich ja so oft Ich will gut sein Ich will gut sein Und er will keine Ja keine Verbrechen mehr begehen Oder sonst was Und dann hast du einen Cut Und in der nächsten Szene Läuft er mit einem Hammer Durch die Hasenheide Und will irgendwelche Gangster Irgendwie Oder irgendwelche Drogen Also die Konkurrenz Von diesem Drogenunternehmen Mit einem Hammer Irgendwie Zamschlagen Oder so Und dann dachte ich mir auch so Moment Also da gab es manchmal so Sprünge Zwischen sein Vorhaben Gut zu sein Und dann doch wieder irgendwie In die Kriminalität abzurutschen Die waren mir teilweise Ein bisschen zu schnell Aber Ich hatte immer das Gefühl Dass es so sehr gewollt ist Dass es dem Charakter schlecht geht Also dass er Wirklich in die Richtung Gedrückt wurde Dass es einfach immer Weiter bergab weht Bis der Charakter Irgendwann gebrochen ist Aber das ist ja in der Vorlage Auch so Der kommt ja da aus dem Gefängnis Und will dann nie wieder zurück Und schafft es halt nicht Wegen der Umstände Ja Also ich kann ja schon Und das war ja damals Ich glaube ich In einer Weltwirtschaftskrise Und die heutige Zeit Natürlich dann auch anders Als damals Und dann mussten es Die beiden Die das Drehbuch geschrieben haben Neu schreiben Damit es wieder für heute passt Und trotzdem Die Geschichte erhalten bleibt Versteht ihr was ich meine? Ja ja Aber ich sehe ja trotzdem Dann diese Also für mich sind das dann Doch Schwächen Da drinnen Wenn ich Den Charakter von sich aus Nicht so weit entwickeln kann Dass er Dass diese Züge Nachvollziehbar sind Sondern dass ich ihn Wirklich da Diese Welt reindrücken muss Durch jede einzelne Szene Die passiert Und wenn Wenn das für mich Dann letztlich Nicht mehr nachvollziehbar ist Wieso er dann doch Diesen Weg weiter geht Das ist genau Also ich fand zum Beispiel Das beste Beispiel Als ihm Reinhold Dieses Kostüm gibt Auf dieser Kostümparty Und er sich so Als Affe darstellt Und so weiter Aber Franz Da hatte ich Das hat es zum Beispiel Ehelleren und realistischeren So im Fokus Das fand ich ein bisschen schade Jetzt habe ich aber ganz schön Ausgeholt Wissen Sie was ich meine Ich kann es nachvollziehen Ich habe nämlich auch so Den ähnlichen Punkt drin Dass diese Dieses Immigranten Der Immigranten Aspekt Quasi nur Eingesetzt wurde Eingebaut wurde Um das so ein bisschen In die Moderne zu heben Aber der Aspekt Gar nicht so weit Ausgenutzt wurde Beziehungsweise ausgearbeitet war Also man hat irgendwie Wie du schon sagst Am Anfang Und dann Ja diese Probleme Die sich dadurch Bei dem Charakter entwickeln Und die Charakterzüge Wieso er das alles macht Die kommen dann letztlich Haben für den Rest des Films Gar nicht mehr mehr So einen großen Einfluss Ja aber die hier Reinhold Der verachtet ja eigentlich Alle Wahrscheinlich sogar Sich selbst Also auch wie er da Mit seinem angeblichen Chef umgeht Der von da Joachim Kroll gespielt wurde Dem geht er auch Sehr vernichtend um Und die Frauen haben halt So wie alle anderen Auch keinen Wert für ihn Ja Ja eben Ich fand ihn schon auch Einen interessanten Charakter Irgendwie Aber mir ist es dann zu sehr Auf eben so einen Charakter Wie ihn eingegangen Weil ich eigentlich davon Ich habe mir von dem Film Eher erhofft Dass er mit dieser Thematik Mehr umgeht Was jetzt halt eben Neu ist an dem Film Und sich ein bisschen Von dieser Vorlage löst Also dass es jetzt nicht so stark Um diesen Charakter Des Reinhold geht Sondern dass der halt eben Eher so was symbolisiert In dieser Neuen Situation Die der Film halt dann Als Rahmenhandlung hat Eben die Probleme Die halt so ein Neu angekommener Geflüchteter halt In Deutschland haben könnte Und dann brauche ich aber nicht Dass dieser Typ So komisch Charakterisiert wird Sondern dass man den vielleicht Eher so als Metapher für Die Probleme Die eben ein Flüchtling In Deutschland hat Aber dann nicht so Ihm nicht diese ganzen Eigenschaften aus dem Buch Unbedingt reinbringen muss Wisst ihr was ich meine Ja das fände Ich hatte so ein bisschen Andere Wartungshaltung glaube ich Einfach an den Film Er wurde dadurch irgendwie so Zur Hauptperson Im Gegensatz zu dem Francis Ja Und ich fand auch Der hat so vielleicht Hat der Alfred Wie heißt der nochmal Albert Alfred 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 Entschuldigung Hat irgendwie Also er hat sich ausgetobt Er macht Ich kann man nicht sagen Dass das schlecht war Das war super eigentlich Aber irgendwie Dachte ich mir die ganze Zeit So der hat einfach irgendwie Wollte er sich für Den Joker bewerben Oder was Also Spielt halt voll Den krassen Psychopathen Und ich dachte so Ich Ich glaube das hängt auch Damit zusammen Dass er einfach Wesentlich mehr Also er hat wohl Die größte Charakterisierung Oder die Meisten Eigenschaften Angedichtet bekommen Im Vergleich zu Francis Der ja Dann doch relativ platt bleibt Mieze ja dann Teilweise auch Und Von Pumps Muss man gar nicht reden Also er hat dann doch Die meiste Das meiste Fleisch Zum Zum Schauspielen bekommen Und dann Ja hat er das mal Voll ausgekostet So Ja und Und die Jeller Hase So aus dem Fuck you Goethecast Ich fand die schon Gut Aber sie hatte War ein bisschen zu Kleinmädchenhaft Ja Ich Kam nicht ganz so klar drauf Wenn die mit ihrer Also wie gesagt Nichts Das soll jetzt gar nicht Böse klingen oder so Aber wenn sie dann Mit ihrem Piepsy Stimmchen Dann irgendwie Teils schon sehr naiv ist Aber dann teilweise halt Als Die Fungiert ja glaube ich Auch so ein bisschen Als Erzählerin Da gab es doch Diese Off Diese Off Stimme Und das war eine Glaube ich mal Vermute ich Ich kenne das Buch Ja nicht Aber es waren doch Texte aus dem Buch Denke ich mal Die dann schon Sehr hochgestochen Und sehr poetisch Und so Daher kamen Und dann hatte ich Da immer so einen Bruch Weil auf der einen Seite Ist sie so Ist sie ja dann so Ein bisschen naive Prostituierte Die In den Filmszenen Doch relativ Berlinerisch Jugendlich Daher spricht Und dann hast du Aber diese Poetischen Offtexte Das hat mich auch Ein bisschen Weiß ich nicht Ich muss auch sagen Ich hatte am Anfang Das Gefühl Es sei zuerst Franzis Schwester Oder Frau Die ertrunken ist Die das eben erzählt So die Stimme Aus dem Off Und nicht dass das jetzt Der Charakter von Mieze Ist Aber da hat man es eben auch Dadurch dass man diese Zitate Von aus der Vergangenheit hat Die dann Später Da gibt es eins Während Während eines dieser Dieser Bank Dieser Juwelierüberfälle Fällt das ja auch drüber Und da hat man immer so diesen Super Sleeken Glattgeleckten Look Und dann kommt da noch dieses Zitate aus den 1920ern drüber Und man denkt so Okay Ich fühle mich jetzt gerade Wie in so einer Kunstausstellung Anstatt Während einem Banküberfall Wo gleich jemand Überfahren wird Also es war schon Doch sehr merkwürdig Ja auch die anderen Prostituierten Die waren Die waren alle so So schön Und so So sauber Und Also so Also im Gegensatz zu diesen Fassbinder Nutten Waren die alle so So clean einfach Für die Für die Branche Fand ich Aber zu Aber zu Sicher Absicht Ja man bräuchte so Ein 80s New York Wo der Rauch aus dem Gulli steigt Wo alles so ein bisschen So Partyszenen erinnern Wo sie dann halt in den Club sind Und so Aber ich hatte jetzt nicht so Das Gefühl Dass man das jetzt so Dass man da so tief eintaucht Das war schon eher für mich So ein Charakterspiel Um diese drei Personen Aber so richtig So ein Stadtgefühl Hatte ich jetzt in dem Film Eigentlich gar nicht Oder Nicht wirklich Also dass man jetzt als So Berliner Typisches Berliner Stadt Flair Oder so Habe ich jetzt Ja dieses Berliner Gefühl Von Die Stadt lebt Das kommt da ja irgendwie Überhaupt nicht rüber Man ist ja Größt als immer nur Allein unterwegs Mit den Hauptcharakteren Außer man ist In einem Heisenpark Heidenpark Hasenheide Genau wo die Drogen Verkauft werden Da sieht man mal Dass da ein bisschen was los ist Aber sonst ist man eigentlich Nur in Clubs unterwegs Und da bekommt man Von diesem Berliner Gefühl Auch nichts mit Also es ist erstaunlich Unberlinerisch So ein bisschen Fernsehtum kommt vor Ja genau Aber sonst Werden sonst Ich glaube Reinhold erwähnt mal Die Hipster Dass die doppelt bezahlen müssen Aber das war es auch dann schon Das hätte auch woanders sein können Ja Genau Hätte auch Das stimmt ja Weil ich meine Es ist ja immerhin im Namen und so Deswegen habe ich mich das noch gefragt Weil ich glaube doch irgendwie Dass das Buch ja auch sehr bekannt dafür ist Oder dadurch halt sehr bekannt ist Weil das halt irgendwie so dieses So als Zeitdokument In der Stadt halt Die Stadt so schön Widerspiegelt von damals Oder ich glaube Das habe ich noch gelesen Und das habe ich jetzt Mich gefragt Ob das bei dem Film So ein Berlin-Gefühl Aufkommt oder so Aber habe ich glaube ich nicht Das ist schon länger her Deswegen frage ich euch Aber okay Ja Mensch Jetzt ein bisschen negativ alles jetzt hier Aber es war nicht langsam Es war nicht langweilig Also Zumindest für mich nicht Also ich habe mich Ich habe mich gut unterhalten Ich muss auch sagen Also haben wir schon angesprochen Der Film dauert ja Über drei Stunden Drei Stunden sowas Ja Und Ja ich fand es auch nicht langweilig Ich fand es teilweise eben Diese Probleme Die wir teilweise schon angesprochen haben Haben mich so ein bisschen genervt Aber ich fand es jetzt auch nicht Ich saß nicht drin Und dachte ja Boah wann ist es endlich aus Weil zum Beispiel Wo dann die Naja die Handlung dann Wo Reinhold dann die Mieze kennenlernt Und so Und das wird dann ja schon spannend Also finde ich Also ich fand So die erste Den Anfang fand ich gut Und das Ende fand ich gut In der Mitte waren viele Sachen Die mir nicht gefallen haben Aber ich fand schon Dass es teilweise spannend war Ja Ja Er kennt ja den Film von Burhan Kurbani Wir sind jung Wir sind stark Von 2015 Das spielte er in Rostock Wo das da eskalierte Wo die In Rostock Lebenden Da die Vietnamesen angegriffen haben Ne habe ich nicht gesehen Leider nicht Also da war er ganz Da war er richtig so An diesen Leuten drein Und hier das war Denkmal beabsichtigt Einfach so ein Wie man das nennt So kunstvoll Das schlimme kunstvoll Darstellen Mir fällt gerade Kein besserer Ausdruck ein Ja aber ich weiß Was du meinst Ja Den muss ich mir mal anschauen Also der war Also ich habe mir vorhin Auch nochmal den Trailer angeguckt Also der war richtig So richtig Also die Jugendlichen Die da halt Weil es ja keine Zukunftsperspektiven gibt Und die dann Ihre ganze Wut Ihre ganze Wut Und Hass dann halt An den vietnamesischen Leuten Auslassen Die da die Häuser anzünden Dass die nicht mehr rauskommen Und auch die Die verzweifelten Leute Da vor Ort Die nicht wissen Wie sie jetzt Mit ihren eigenen Kindern Klarkommen sollen Aber als Spielfilm oder? Das ist auch ein Spielfilm ja Okay okay Klingt wesentlich nahbarer Als Berlin-Alexander-Platz Also dass man Mehr mitfühlt Mit den Charakteren So glaube ich Ja also bevor Ich will jetzt Ja nicht zu tief einstrengen Wenn ihr noch was Wichtiges zu haben Mir ist nur noch aufgefallen Also was ich dann zum Beispiel Auch so ein bisschen Komisch fand Dass du dann so So Klischee Charaktere hast Wie diesen Gangster-Boss Der da gespielt wird Von diesem Alfred Kroll Joachim Kroll Und da dachte ich mir dann auch Was ist denn jetzt Mit dem noch los Weil den fand ich Fand ich nicht gut Als Gangster-Boss Und ich fand auch Also das ist ja Ein bekannter Schauspieler Und bestimmt auch ein guter Und so Aber ich hab mir den Trailer Grad nochmal angeschaut Und den fand ich da Echt so ein bisschen Fehlbesetzt Weil der war weder Bedrohlich oder so Sondern der sah eher aus Wie der nette Onkel Und dann hat der immer so Ich verschenke Auch Zitate aus dem Buch Rausgehauen Und im Trailer Dieses so Wenn man sich einmal Den Teufel eingeladen hat Wird man ihn so schnell Nicht mehr los Und so Und ich dachte mir Sollte das jetzt irgendwie Cool oder fies klingen Und so Also da kam ich nicht klar Auf manche Also Szenen Und dann eben So Charaktere Wo ich mir dachte Hm Was soll der da Ich dachte auch Er ist eine Fehlbesetzung Aber wenn man dann Sein Ende anguckt Also die letzte Szene Mit ihm in dem Film Dann hat es wieder gepasst Fand ich Okay ja stimmt Ja ist mir gerade nochmal Beim Trailer aufgefallen Nee aber auch jetzt nicht Dass der da schlecht spielt Oder so Mich hat nur ein paar Zitate Aufgeregt Die halt dann So offensichtlich Aus dem Buch kamen Und die dann so So eben schon wieder Diesen Bruch So von realistisch Zu künstlerisch Und so Das hat mich Dann ein bisschen So rausgerissen Aber naja Wie gesagt Ich hatte noch Das wollte ich mal Euch noch reinwerfen Der Kollege Pascal Schöne Grüße an der Stelle Der den Film auch noch Gesehen hat Aus der Redaktion Der jetzt leider Keine Zeit hatte Der hat den Film Mit City of God Verglichen Und fand ihn Ein super Meisterwerk Und wie gesagt Ich glaube man kann Den Film auch sehr gut finden Und vor allem Wenn man mit dieser Künstlerischen Interpretation Besser klarkommt Ich hatte nur Ich konnte das Nicht ganz nachvollziehen Ich weiß nicht Wie es euch geht Aber weil bei City of God Den finde ich so real Die machen da Aber egal Habt ihr noch was Was ihr unbedingt Zu dem Film Sagen wollt Nö Später Aber empfehlenswert Auf jeden Fall Genau Felicitas Du bist ja neu hier Oder halt Also wir machen Wir machen nämlich immer Am Ende Noch ein Fazit Also dass jeder Noch mal kurz Zusammenfassen kann Wie er den Film fand Dann geben wir noch Eine Wertung Von 0 bis 5 Punkten Und man darf dann Gerne noch den Film Einer Zielgruppe empfehlen Also kurz formulieren Wo du denkst Dass die Leute Den Film unbedingt Sehen sollten Zum Beispiel jetzt Kunstliebhaber Keine Ahnung Oder Filme Oder Leute Die die Filme auch mögen Oder irgendwie sowas In die Richtung Mike kann ja einfach mal Loslegen Oh Gott Ja okay Vormachen Ich hab's leicht Weil ich hab mir Als ich den Film gesehen hab Hab ich schon mal So ein Vierzeiler geschrieben So so Und Streber Genau Weil Pass auf Denn ich hatte Nämlich keinen Spaß Mit Berlin Alexanderplatz Ich saß nämlich Ich wusste Ich kannte den Titel nur Also ich kannte auch Fassbinder Hab den aber auch nicht gesehen Und War von daher Doch relativ gespannt Auf die Version Wusste aber nicht Dass so 183 Minuten gingen Und ich hab während dem Film Wirklich nach Eineinhalb Stunden Auf die Uhr geschaut Und dachte so Ah okay Eine halbe Stunde Ist ja wahrscheinlich vorbei Halbe Stunde später Immer noch nicht Und dann immer noch nicht Und immer noch nicht Ähm Ja also 183 Minuten So ein Pseudo-philosophisches Immigranten-Drama Oha Berlin Alexanderplatz Fand ich unsäglich zäh Gerade im Mittelteil Wird auch so Unspannend Banauser Und stürzt seinen Protagonisten So Wirklich gezwungen Ins Unheil rein Das Irgendwann Hat es mir zumindest Keinen Spaß gemacht Einziger Lichtblick Waren Dann eben doch Albrecht Schuch Und Die Inszenierung Also der Look Der Look verliert aber auch So nach drei Stunden Seinen Reiz Und Hat mich überhaupt Nicht abgeholt Das war leider Nichts für mich Eineinhalb von fünf Sternen Nur Oder Puh Okay Das ist wenig Ja Felicitas Dann Setz doch mal was entgegen Aber Weil ihr ja von Dein Von dem Berlin-Bild Gesprochen habt Kennt ihr diese Miniserie Unorthodox Nope Hat jetzt durch Zufall Meine Freundin Auf Netflix Geschaut Genau Die werden sich Direkt fragen Und das hat halt auch So ein Unberlinerisches Berlin-Bild Also so ganz glatt Keiner hat eine Berliner Schnauze Und Aber es ist halt so So als Hipster Hintergrund Wo heute einfach Im kosmopolitischeren Mehr passieren Als früher Wo man halt so Im Dreck wartete Und es toll fand Ja Ja wenn ich so Daran denke Mir ist jetzt gerade Wo wir drüber gesprochen haben Da habe ich kurz überlegt Wo gibt es denn so Filme Wo halt dann dieses Lokale Oder dieses Flair Rüberkommt Und ich habe jetzt so An Viktoria gedacht Zum Beispiel Ja oder Dieser Känguru-Film Der war Die mögen auch nicht alle Hier Neues vom Känguru Nach dem Martin Genau so Ja Das war schon Zumindest berlinerischer Mögen auch nicht alle Aber ich fand Ich fand das Känguru gut Ich habe den noch nicht gesehen Muss ich noch machen Also ich gebe dem Film Vier Was? Punkte oder Sterne? Wie du magst Fernsehtürme Ja genau Vier von fünf Fernsehtürmen Und ich fand Also es war So ein Film Zum Mitschwelgen So schöne Bilder Dann der Der Reinhold Als drastischer Charakter Und dann der schöne Schwarze Omnipotent Und Ja Also mir hat er gefallen Den vier Zeiler Habe ich jetzt Leider nicht parat Ne ist ja gut Ist ja ein gutes Gegengewicht Weil eigentlich Haben wir jetzt So in einem Gespräch Hattde ich das Gefühl Als hätten wir so ungefähr Eine Wellenlänge Aber dann geht's halt Kommt halt drauf an Wie es einem gefällt Also wie du gesagt hast Das fand ich ganz gut Also wenn man Sich da von den Bildern Und dem Ganzen So ein bisschen Ja so treiben Oder wie hast du gesagt Schwelgen Wenn man da schwelgen will Oder kann Da gab's ja dann auch Noch ganz viel Symbolik Irgendwie Erinnert ihr euch noch An diese Da gab's doch so Traumsequenzen Mit diesem Stier Gell Die fand ich halt auch Visuell sehr beeindruckend Hab mich aber immer gefragt Was solltest du mir Jetzt gerade sagen Kann mich nicht mehr Mehr dran erinnern An die Szenen Dem Stier Was war Passierte da Da schrieb Franzis Aus so einer Wie aus seiner Hütte Aus einer Kirsche raus Und vorhin war dann So ein Stier Der wurde festgehalten Und er hat quasi Eine Machete in der Hand Bereit zum Ritualmord Sowas in die Richtung Und die wurden dann Immer wieder Im Film verstreut Eingeblendet Und letztlich Ist er zu diesem Stier Mutiert Und Reinhold hatte Sozusagen das Schwert in der Hand Also er ist ihm Sozusagen zum Opfer gefallen Ich hab's nämlich dann anders Ich hab immer Weil das war dann teilweise Doch so hinten Hinten und her geschnitten Ich dachte zuerst so Dass Reinhold Der Stier sein soll Oder so Ich weiß es nicht mehr Also ich dachte mir schon Das ist bestimmt sehr tief Und sehr metaphorisch Aber ich bin mir gerade Nicht sicher Naja Egal Ja cool Dann kann ich mich ja Genau in die Mitte setzen Zwischen euch Perfekt Also weil Weil ich Ich fand's auch Zäh in der Mitte Fand aber Wie gesagt Die Idee Und das Konzept Eigentlich total gut Hat's dann aber Aus meiner Sicht Zu sehr Aus der Aus dem Augen verloren Und ich hätte mir eigentlich Lieber eine realistischere Sozialkritischere Variante gewünscht Die einfach sich mehr Von der Buchvorlage löst Aber wie gesagt Das war halt Mein Wunsch Wenn man jetzt natürlich Eine künstlerische Moderne Neuinterpretation Von diesem Buch Haben will Ist es bestimmt super Und ja so Theaterstück mäßig Teilweise schon Aber Ja Bei mir war es echt So ein Hin und her Ich fand's teilweise Sehr schön Und sehr spannend Teilweise sehr Unglaubwürdig Und zäh Ich sag einfach mal 2,5 Oder Bis Bis 3 Weil Er ist schon Sehenswert Aber er kann Auch Wie jetzt für den Mike Denke ich Sehr schnell In die Hose gehen Wenn man damit Einfach nichts Sehr langsam In die Hose gehen Sagen wir so Über 3 Stunden hinweg Das war die Manitation dahinter Ne aber ich muss halt Schon sagen Also deswegen Wo ich Wo es hieß Du hast den Film Als einziger gesehen Irgendwie konnte keiner In die PV oder so Und dann hieß es Ich muss den Film Alleine besprechen Hade ich überhaupt Keine Lust drauf Weil ich mir schon dachte Der Film hat mich echt Noch 2, 3 Tage Oder länger Beschäftigt Und ich hab drüber nachgedacht Und so Und unter dem Aspekt Er ist nicht an mir Vorbeigezogen Und ich dachte mir Jetzt nicht so Kackfilm Lass mich Sondern ich fand den Durchaus interessant Das kann man dann Nicht absprechen Naja Ja aber schön Und so weiter Öffnen ja wieder Die Kinos Aber jetzt alle Auch nicht gleichzeitig Sondern immer In so 1-2 Wochen Immer in Abständen In verschiedenen Bundesländern Aber über Bayern Weiß ich jetzt noch gar nichts Mit irgendwelchen Auflagen Dass dann nur 10 Leute Reindürfen oder wie Ich weiß es nicht Also Naja Bin auch gespannt Mhm Also wenn dieser Alexanderplatz Da hieß es ja schon Kinostart glaube ich Ende Juni oder Nicht Online oder so Keine Ahnung Ne also ich glaube schon Dass die Kinos wieder Wieder öffnen werden Also relativ bald sogar Oh Schon Entzug Ja aber wie sollen Denn in einer richtigen Vorstellung Wie sollen da die Leute Dann sitzen Nach dem Hygienekonzept Ich kann es mir Nicht vorstellen Vor allem wenn Wenn jetzt ein neuer Blockbuster im Juni Wenn es dann los geht Dann alle Seele Von einem Film Geblockt werden Weil der Saal Nur zur Hälfte Gebucht werden kann Also das wird schon Sehr spannend Naja Lassen wir uns überraschen Ja Na gut Aber immerhin können wir noch Schön drüber quatschen Per Skype Oh ja Jo hat mich gefreut Dann sag ich schon mal Tschüss und Ein schönes Wochenende Bis bald Dankeschön Euch auch Tschüss Hallihallo Zur neuen Besprechung Von Mo Und am anderen Ende Begrüße ich P-Crazy Oder Peter Oder Peter Ganz genau In der Barszene Wird er P-Crazy genannt Richtig Und da wir heute Über einen Film reden Der maßgeblich In einer Bar spielt Finde ich passt das In der Barszene Werde ich übrigens Cuba Libre genannt Soviel zu meinem Einer meiner Lieblingsgetränke Sowieso Ach du wächst mir Gerade so ans Herz Sehr schön Das können wir später Nochmal richtig vertiefen Finde ich gut Ja auf jeden Fall Heute geht es um einen Film Der heißt Live in Concert Und Live ist hier mit E-I-F geschrieben Das ist nicht etwa verschrieben Falsch geschrieben Sondern der fiktive Name eines Sängers Um dessen Konzert es im Verlauf der Erzählung geht Und zudem ist das ein richtig duftes Wortspiel Wie ich finde Der Film ist von Christian Klant Der geht knapp zwei Stunden Und der startet nächste Woche im Kino Wir drücken da die Daumen Und zum Inhalt kannst du uns Peter gerne mal ein bisschen was zusammenfassen Ja sehr gerne Also Live in Concert Volume 2 Muss man auch dazu sagen Ich weiß nicht woher dieses Volume 2 stammt Ich habe keinen ersten Teil dazu gefunden Folgen auf jeden Fall der Geschichte der lieben Lena Die ist Barfrau In einer ziemlich abgefallenen Heruntergekommenen Kneipe Wenn ich ehrlich bin Da wird Blues und Jazz gespielt Und die Geschichte folgt quasi diesem einen Tag Wo sie ein Konzert organisiert hat Aber da gibt es einige Probleme Die sich da dann aufwerfen Nämlich weil dieser Tag an dem der spielt Ein Feiertag ist Und da gibt es das Problem Dass da ab einer gewissen Zeit Keine Bands spielen dürfen Und genau mit dieser Problematik geht es in die Geschichte herein Genau Der Feiertag um den es geht An der Stelle ist Gründonnerstag Wo man ja ab Mitternacht keine Partys Keine Musik machen darf Aber ich kannte das Gesetz auch nicht Wenn ich ehrlich bin Nee bei uns ist das Bei uns ist das aktiv Ich habe früher lange aufgelegt als DJ Und da war das tatsächlich auch so Dass wir auf die Tanzfläche Stühle und Tische stellen mussten Wir durften Musik laufen lassen Aber eben nicht so laut wie sonst Und Tanzen ist absolut verboten Und das wird tatsächlich noch kontrolliert Aber das nur so am Rande Für die Leute die das nicht kennen Haben wir ja auch gleich wieder Unseren kulturellen Auftrag erfüllt Ist doch super Ja richtig Also ein Punkt auf der Checklist erfüllt Zack Sehr gut Ja kurze Frage Ganz knapp Wie fandst du den Film? Ja ein sehr sympathischer Streifen Auf jeden Fall Und wie du schon vorher erwähnt hast Also in der Bar fühle ich mich aufgehoben Und ich fand mich auch bei dem Film Bisschen gut aufgehoben Weil es halt auch so Meine Stimmungslage auch ist Wenn ich in der Bar bin Also nicht zu aufgedreht Entspannt Chillig Und es gibt jede Menge Drinks Auch wenn ich die Drinks da nicht so feiere Ja ich bin da ganz bei dir Das ist Wenn man ein bisschen was damit anfangen kann Dass man mal in eine Kneipe geht In eine Bar geht Einfach ein bisschen abhängt Was trinkt Sich über Dinge unterhält Die jetzt nicht Quantenphysik sind Oder die wichtigsten Teile des Lebens Ankratzen Dann ist man bei diesem Film Tatsächlich gut aufgehoben Und man fühlt sich auch Aufgefangen Man kennt das alles Man kennt die schäbigen Kleinen Kneipen Und was ich hier ganz charmant finde Gleich am Anfang Die Lena radelt Ganz offensichtlich Durch verschiedene Städte Deutschlands Damit hier ein klares Zeichen Gesetzt wird Dass diese Bar wirklich Überall sein kann Ja Es heißt ja auch irgendwo in Deutschland Ganz genau Und das finde ich wirklich ganz charmant Die Luise Meier Äh Heier Entschuldigung Muss ich sowieso sagen Die ist von Anfang an Finde ich die super Die wird einigen vielleicht noch bekannt sein Aus der Serie Dark Da habe ich sie Da habe ich sie vor kurzem erst gesehen Also ich habe Genau Da spielt sie Claudias Mutter In der Zeitschleife von 1953 Da ist sie schon sehr charmant Und hier ist sie halt das tragende Teil Sie spielt die Lene Die wir hier kennenlernen Die war acht Monate weg Hat davor die Bar geführt Wird sie jetzt wieder weiterführen Und Lene hat Liebeskummer Es geht um einen Alessandro im Hintergrund Der warum auch immer In einer geschlossenen Anstalt gelandet ist Die Lene weiß nicht genau Wo sie hin will Die Lene weiß nicht genau Will sie die Bar Oder will sie es lieber nicht Und wir treffen halt ganz viele Leute Die alle lieben Alle leiden Die haben alle Träume und Ziele Und stehen sich halt dabei Ganz oft selber auch im Weg Ja Also das sind alles Personen Wie sie eigentlich Also sprich Die haben alle ihre Wunschvorstellungen Aber irgendwas hindert sie immer meistens dran Und auch so geht es der Lene Also sprich Die Schauspieler Die kam mir auch irgendwie sofort bekannt vor Weil ich Dark erst kürzlich angefangen habe Weil ich mir dachte Das Finale ist da Jetzt muss ich da auch mal reinschauen Und da ist mir die natürlich sofort Im Gedächtnis geblieben Also dieses Gesicht kam mir bekannt vor Und ich muss sagen Auf jeden Fall sympathisch gespielt Ich kann auch so den Stress Was sie da drin hat Vollkommen nachvollziehen Weil Bartenderinnen oder Barfrauen Die haben halt Stress pur teilweise Ja Ich kann das auch gut nachvollziehen Ich habe lange aufgelegt Und auch hinterm Tresen Ein bisschen ausgeholfen Immer wieder Und ich habe das tatsächlich Auch mal gelernt Als ich ganz ganz jung Und knackig war Kann ich nachvollziehen Ich möchte hier noch sagen Dass der Film so ein bisschen In Anlehnung an Filme Wie Blue in the Face Von Wayne Wong geht Oder Coffee and Secrets Von Jim Jarmusch Das heißt Wir werden hier so ein bisschen Reingeschmissen In Treffen von Leuten Wir sehen Zweiergespräche Die komplett abseits Der eigentlichen Handlung Um die Lehne stattfinden Da wird ein Markus Benecke Den wir alle kennen und schätzen Als the craziest Doctor ever Wird interviewt von einem Typen Der ein absoluter Fail ist Wir treffen Thilo Brückner Der mit einem anderen Kollegen Wirklich auch die unwichtigen Dinge Des Lebens bis aufs Markt diskutiert Wir sehen wie Bela B Mit der wundervollen Julia Böwe Am Tisch über neue Apps diskutiert Wirklich witzig Eine Zeranfeld App Und die Handy Unsichtbar App Das sind einfach so Karlauer Die sind da Die sind ganz zart Die sind leise Die sind schräg Und immer wieder sehen wir halt Lene Wie sie mit dem Weinhändler redet Zum Beispiel Was weiß ich alles erzählt Um seinen Fusel an den Mann zu bringen Oder den Den Bierhändler Der heimlich die leeren Kisten Reinschmuggeln will Finde ich super Ja Und von der Schauspielerriege Ist es ja tatsächlich so Dass man viele Gesichter gesehen hat Einige werden sicherlich auch Die Mayram Zahreh Erkennen Die wir bei 4 Blocks gesehen haben Als Frau vom Kidakura Ramadan Thilo Brückner wie gesagt Kennt man sowieso ja Michael Klammer kennt einige Also ich denke so Karst ist Stars und Sternchen Aber alle ganz unaufgeregt Und das fand ich super Also sprich da Steht jetzt keiner so richtig hervor Also die bleiben alle Auf einer Wellenlänge Finde ich Auch wenn es dann in die Bar geht Also ich glaube In einigen Szenen Ist es ja so Dass die Meisten Wo dann am Ende In dieser Bar sind Gar nicht da sind Sondern irgendwo In einer anderen Ortschaft Oder Prämisse Und dann erst zu der Bar kommen Als quasi diese Veranstaltung Losgehen sollte Ja eigentlich Nicht erlaubt ist Und Da haben wir schon ein paar Sehr interessante Gespräche Und auch Sehr interessante Figuren Also sprich die sind In ihrer Eigenschaft Ziemlich schräg Aber ich finde die Gespräche Die sie teilweise haben Die finde ich Die passen einfach irgendwie Also die sind zwar irgendwie Drunter und drüber Aber die passen zu den Personen einfach Ja und die gesamte Aufmachung Finde ich halt schön Also wir haben so ein bisschen Diese übergeordnete Geschichte Die Lene war in Kopenhagen Für acht Monate Und hat da einen Straßenmusiker gesehen Den fand sie gut Den lade ich ein Nach Deutschland Ich versuche jetzt mit dem Ein Konzert Der live Dafür hat sie die richtigen Mittel Weil sie in dieser Bar arbeitet Das ist so die Grundprämisse Die Bar scheint sehr angesagt zu sein Denn Später sehen wir Dass ja wirklich viele Leute Darauf warten Dass dieses Konzert stattfindet Richtig Und zur Konzertveranstaltung An diesem Tag Sehen wir halt alles andere Was da passiert Und wir lernen die Lene kennen Die offensichtlich ziemlich lieb ist Auch zu ihren Freunden Sie bietet die Bar Heimlich Denkt sie Auch anderen Bands an Zum Proben Das heißt wir Wir hören hier auch mal einen Song Von einer anderen Band Wir sehen eine Tanzperformance Von einer anderen Band Wir sehen Oder wir sehen nicht Das beste Luftgitarren Solo Der Welt Wir sehen es tatsächlich nicht Aber die Art Wie wir es nicht sehen Ist wieder so charmant Dass das schon wieder richtig gut wird Wir haben hier richtig absurdes Sehen dabei Sprich diese Luftgitarren Der Toilettenmann Der Toilettenmann ist doch wohl der Hammer Oh ja Also das müsst ihr euch mal vorstellen Also ich habe das noch nie In so einer Bar gesehen Dass da wirklich einer Neben der Toilette hockt Und Leuten für ihren Stuhlgang Bücher anbietet Also toller Job Und wie er das macht Er selber zieht seine Schuhe aus Zieht sich Puschen an Hat einen Bademantel Hat eine kleine Kabutze Neben der Toilette Die richtig schön ausstaffiert ist Mit dem Regal Mit dem Vorhang Und sagt halt einfach Nee 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 Ich will ja gar kein Geld Ich will nur was So was zu lesen mit Nimmst hier in mein Buch des Tages Würde mich mal interessieren Ob er dafür Geld verdient Ich glaube nicht Ich glaube Also In dem Film ist es ja auch Eher so Geld spielt ja eine untergeordnete Rolle Hier gehen die Sachen Hand in Hand Hier hilft man sich aus Da kommt halt eben auch Der stadtbekannte Trinker Der weiß wie er hinten Die Tür aufmacht Und du findest du dann Morgens vor der Bar wieder Er hat sich ein paar Bier gegönnt Hat in der Bar gepennt Weil er nicht weiß Wo er unterkommen soll Ich glaube der wurde sogar eingesperrt Über allem steht die Lene Die alle kennen Und alle mögen Und bei der sie auch sicher sind Dass hier niemand Irgendwie verfiffen wird Und der eigentliche Barbesitzer Möchte die Bar halt eben abgeben Und Lene ist seine Nummer eins Und das ist so der Struggle Den sie hat Neben dem Liebeskummer Der hier noch ein Thema steht Aber Wirklich Das ist alles so unaufgeregt Dass das Diese Es sind immerhin fast zwei Stunden Und für viele Leute Ist das mittlerweile ein Problem Dass ein kleiner Film Der jetzt eben keine Plansequenzen hat Und kein Action Und kein Wumms Kabums Dass der so lang geht Aber das merkst du hier ja gar nicht Weil diese Absurdität In den Einzelgesprächen Also immer nochmal Auch das Interview Mit dem Dr. Markus Benecke Ich finde das so gut Dass der Typ sagt Ich bin gerade dabei Mir das Rauchen Anzugewöhnen Also das habe ich so In der Form auch noch nie gehört Also Wahnsinn einfach Aber so Grundfrage Also sprich Du hast ja jetzt Diese Bar gesehen Lädt die dich Also persönlich Ein Dass du da Einen Tag verbringst Die Die macht Also Minus des Rauchens Weil das mag ich wirklich nicht Sorry Aber Minus des Rauchens Ist das mein Traumjob Ich Ich würde die Bar sofort nehmen Ja Sofort Ja ich habe da ein Faible für Ich stehe da drauf Ich habe wie gesagt Früher auch so In solchen Sachen gearbeitet Ich würde die Bar sofort nehmen Und diese schrägen Charaktere Die sind halt eben Alle schräg liebevoll Hier ist Da ist ja nichts Schlimmes Hier passiert ja nichts Wirklich weltbewegendes Dramatisches Hier wird niemand geprügelt Und es gibt keine Keine Messerstechereien Sondern wir sehen hier Zum Teil Wir sehen ja nicht mal Gescheiterte Persönlichkeiten Sondern einfach Persönlichkeiten Die an einem Punkt In ihrem Leben sind Wo sie ein bisschen Zuspruch brauchen Und den holen die sich da Weil sie wissen Da kriege ich halt ein bisschen Bauchpinseln Ja ich finde das sind alles so ein bisschen die Tagträumer Und die findest du halt auch meistens in solchen Bars Und die öffnen sich da wahrscheinlich eher Als dass sie sich im Privaten vielleicht öffnen Weil halt eine Bar halt so ein Raum ist Wo du dich auch mal komplett Anderen hingibst Sag ich mal Also sprich du öffnest dich Und du erzählst von deinem Leben Von allem was dich vielleicht gerade bewegt Wie zum Beispiel die Lene Die spricht ja auch über alles mögliche Verschließt sich vielleicht am Anfang Aber gut Hat jeder vielleicht mal So ein paar Sachen Wo er vielleicht nicht erzählen mag Aber so Ich kann das auch wirklich gut nachvollziehen Wir waren erst letztes Jahr Zusammen In England Und ich bin großer Freund von Pubs Pub Meals Und Guinness trinken Ist für dich super Würde ich auch gerne professionell machen Was Guinness trinken oder Ja ich stehe auf Guinness Ja Und gerade in der englischen Pubkultur Ist das ja tatsächlich so Dass du wirklich Wenn du willst Und dich ein bisschen öffnest Und ein bisschen signalisierst Hier ich bin approachable Dass die Leute auch wirklich kommen Ja Und die reden einfach Und wir haben da Also wirklich Wir haben da Ich erinnere mich da An einen jungen Künstler Den wir da kennengelernt haben Wir haben Gespräche geführt Als würden wir uns alle Schon zehn Jahre kennen Da hat keiner Mit irgendeiner Phase Seines Lebens hinterm Berg gehalten Wir haben alles erzählt Man ist für vier Stunden Der beste Kumpel Und dann sieht man sich nie wieder Weil beide Seiten Das dann offensichtlich Gerade mal brauchen Und so So ist das ja hier auch Ja Also die Leute reden Wie gesagt Über eine Ceranfeld App Die reden über Kobold Pop mit Querflöte Ja Also die Absurden Gedanken Eines jeden Der halt vielleicht Ein paar Bier zu viel Getrunken hat Oder vielleicht Ein bisschen Spaß jetzt hat Und ich muss auch sagen Also wenn du hier schon In England warst Also die Briten sowieso Die sind Was Bars angeht Eigentlich so das netteste Volk Überhaupt Also sprich Die würden dich auch Ansprechen Wenn du da ein bisschen Mit Kummer in der Ecke hockst Und dich sofort aufmuntern Ja Sehe ich auch so Also ich habe da immer Solche Erfahrungen habe ich da gemacht Und solche Erfahrungen Hatte ich auch tatsächlich schon In Berlin Und in Hamburg Vor allem Bei Partynächten Die wir da haben In kleineren Pubs Also ich kann da Den London Pub In Hamburg Nur empfehlen Geht da rein Das ist ein Bombenladen Der ist genauso wie das hier Also ich bin auch nicht So der Fan von so Mainstream Pubs Also sprich Wenn die halt Ein bisschen größer sind Und so viele Leute Da gehe ich halt immer So kleine Gemütlichere Pubs Weil da Ich finde auch Teilweise ein bisschen Bessere Stimmung herrscht Und du hast mit Garantie Die schrägeren Kollegen Ja auf jeden Fall Die Erfahrung habe ich auch Und die würde ich auch Jederzeit wieder Vor allem Im größeren Raum Bist du auch Eher so Auf größerem Abstand Da will halt jeder Irgendwie auch für sich sein Und bei so einem kleinen Pub Wie wir es jetzt hier haben Wo halt die Lehne bedient Da kannst du es halt nicht Da hast du Da kannst du halt nicht Auf Abstand gehen Weil halt der Raum Nicht vorhanden ist Aber das ist auch Das Schöne dran Also man lernt sich da kennen Vielleicht auch Ungewollt zufällig Aber das macht halt auch Das Leben aus Genau Ja kurz nochmal Zur Szenerie vom Film Der Film spielt maßgeblich Oder spielt ausschließlich In der Bar Wir sehen die verschiedenen Charaktere Das Ganze wird ab und zu Unterbrochen von kleinen Tafeln Mit klugen Sprüchen Was ich auch Eine charmante Idee fand Ab und zu mal so eine kleine Tafel Mit so einem Spruch einzublenden Den man sich dann merken kann Mein Lieblingsspruch aus dem Film Man sollte sich Geld Nur von Pessimisten leihen Denn die erwarten es nicht zurück Das ist jetzt mein Slogan Für 2020 Der ist mir gar nicht in Erinnerung Ich hatte nur den einen Also es war jetzt nicht Diese Einblendung Wo hin und wieder mal kam Sondern von dem Chef Von der Lene Der hat immer gesagt Unsere Fehlschläge Sind oft erfolgreicher Als unsere Erfolge Und ich finde Der trifft da richtig Den Punkt fast schon Bei ihrem Leben Also Wahnsinn Also dass er dieses Zitat Da einfach raushaut Ja Ja siehste Also ich spüre schon Wir beide sind hier voller Lob Das ist auch berechtigt Auf jeden Fall Und wir brauchen noch gar nicht Weiter Lobhubeln Wenn ihr die Möglichkeit habt Nächste Woche Das in einem kleinen Kino Bei euch zu sehen Geht ins Kino Unterstützt die Kinos Das haben die bitter nötig Richtig Dem das nicht gegeben ist Ich denke da das Eine deutsche Produktion ist Werden wir das irgendwann Auf einem Streaming Dienst sehen Merkt euch das einfach Live in Concert Ich löse nochmal ganz kurz Das Rätsel Warum heißt das Live in Concert Volume 2 Weil Volume 1 Noch nicht fertig ist Oh Das ist also Der zweiteste Erste Teil Einer Serie Die es je gab Boah Der erste Teil Ist noch in der Mache Und wenn wir Glück haben Kommt der Und ich würde mich Echt darüber freuen So starten wir mit dem zweiten Und das macht nichts Der erste wird auch Nichts anderes sein Als ein Teil Im Leben von Lene Vielleicht in Kopenhagen Vielleicht der Teil In Kopenhagen Genau Vielleicht ist es ein Prequel Sequel Mixt Man weiß es nicht Aber das ist der Gag dabei Der ist halt wirklich Noch in der Mache Das kann man auf der Webseite sehen Die übrigens sehr schön Aufgemacht ist Da könnt ihr auch ein bisschen Tiefer noch reinsteigen Ihr kriegt den Trailer Ihr kriegt ganz viel Informationen Über die Leute Die da mitspielen Schaut euch das einfach an Wie gesagt Unterstützt euer Kino In der Nähe Richtig Ich würde gerne Ein paar Bier vergeben Auf der Skala Ein paar Bags Die trinken ja Hauptsächlich Bags In dieser Bar Ja Andere Biersorten Sind natürlich auch Available Wir wollen hier Keine Werbung machen Das heißt Wir vergeben Null bis fünf Alkoholische Getränke Okay Alles klar Ganz neutral Neutral Du kannst ja dein Lieblingsgetränk Als Punktezahl vergeben Und ich meins Genau Zum Beispiel Ich vergebe hier Vier Cuba Libris Vier Cuba Libris Von fünf Okay Weil ich mich einfach Super amüsiert habe Und auch jetzt Wo wir beide darüber reden Einfach merke Der Film hat Obwohl er so leise ist Und im Hintergrund Wirklich ein bisschen läuft Ganz viel mit einem gemacht Ich fand den charmant Ich würde den jederzeit Nochmal gucken Das Ja Das ist so Das würde mich gar nicht stören Und ich finde Das ist ein Das ist ein ziemlicher Erfolg Ja Dann mache ich mal schön weiter Also ich Vergebe Dreieinhalb Von fünf Jetzt muss ich mal überlegen Was ist mein Lieblingsgetränk Ich habe so viele Ich nehme mal Mojito Das ist auch nicht so schlecht Also dreieinhalb Mojitos Ich hatte nur Also leichter Kritikpunkt von mir Also den Humor Hat nicht immer Mein Geschmack getroffen Aber ansonsten Finde ich Das ist eine ganz kleine Sanfte Perle Mit Bekannten Gesichtern Auf jeden Fall Und auch mit Ziemlich Faszinierenden Absurden Geschichten Wo ich wirklich Unterhalten wurde Und ich denke Für so einen kleinen Film Ist das absolut Ausreichend Also top Kann ich auch Herzlich empfehlen Sehr gut Sind wir uns einig Dann Mo sagt Tschüss Was sagt der Peter Der Pi sagt Servus Macht's gut Bis dann Einen traumhaft Wunderschönen Guten Tag Liebe Menschen da draußen An den Empfangsgeräten Und herzlich willkommen Zu einer neuen Folge Vom Tele-Stammtisch Mein Name ist Kenny P Und mit mir hier Ist der gute René Hallö Hallö Und wir wollen heute Über die Serie Mr. Iglesias sprechen Der hat nämlich Eine Serie Das ist die Serie Selbst heißt Mr. Iglesias Und in dieser Serie Geht es um einen Highschool Teacher Namens Gabe Iglesias Gespielt vom echten Gabriel Iglesias A.K.A. Fluffy Das ist ein amerikanischer Comedian Der gebürtig aus Mexiko kommt Das heißt Er nimmt das Thema Gerne mal in sein Stand-Up-Programm auf Und ich hab mich Dazu durchgedrungen Zu sagen Ich möchte diese Besprechung hier machen Denn ich bin ein großer Fan von Gabriel Iglesias A.K.A. Fluffy Warum heißt er eigentlich Fluffy Ganz einfach Der Typ ist ein bisschen Füllig Der ist ein bisschen Rund und kräftig So wie ich auch Deswegen streiche ich mir Auch gerade schön Mein Bauch hier So Und der Typ hat Verschiedene Stufen Von Sag mal Übergewicht Und der hat so Verschiedene Namen Und es gibt eine Stufe Die nennt sich halt Fluffy Und diese Stufe Hat er quasi er Und deswegen nennt er sich Selbst Fluffy Das ist sein Spitzname Und auch sein Künstlername Fluffy Und er spielt quasi Quasi sich selbst Als Highschool Teacher In einer Ja Highschool in den USA In Long Beach, Kalifornia Wenn ich mich recht entsinne Ich glaube ja Genau Und die Sache ist die Ich bin wirklich ein großer Fan Ich verfolge den Typen seit ein paar Jahren Seit ungefähr 2011 oder sowas Habe ich ihn mal Im Internet irgendwo entdeckt Seitdem habe ich alle seine Netflix Specials geguckt Und dieses Jahr im Juni Hätte ich ihn Nein im Mai Hätte ich ihn sogar live gesehen Leider Gottes ist das natürlich ausgefallen Wegen Corona Aus dem Grund Musste das auf nächstes Jahr verschoben werden So Und wir reden jetzt über diese Serie Über die Staffel 2 Viel Spaß damit So Deine Meinung dazu Hauen wir was raus Ja also von Staffel 2 Sind ja bisher 6 Folgen erschienen Da ist die deutsche Erstausstrahlung über Netflix Das ist ein Netflix Original Am 17.6. gewesen Seitdem sind alle 6 Folgen verfügbar Die zweiten kommen Wenn ich mich jetzt recht besinne Oder nicht falsch informiert bin Im Herbst Diesen Jahres Die Folgen gehen alle Um die 20 bis 25 Minuten Genauso wie in der ersten Staffel Und ja Mistake Lazy ist es Würde ich sagen So eine typische US-Sitcom Das heißt wir haben Dann natürlich die Hauptperson Hier natürlich der Fokus Definitiv auf Gabriel Iglesias Der wie bereits gesagt Ja Ein Highschool Teacher ist Da hat er sich die Aufgabe Eigentlich aufgenommen Dass er Ja Ich sag mal Problemkinder unterrichtet Und denen auf jeden Fall Noch mal eine neue Chance Geben möchte Weil der Direktor der Schule Naja sagen wir mal Er möchte sie gerne loswerden Mit Bürokratischen Mitteln Aber Mr. Iglesias wäre nicht Mr. Iglesias Wenn er nicht so ein großes Herz hätte Und Ja Ist jetzt kein großer Spoiler Könnte man sich denken In einer Sitcom Natürlich bringt er sie wieder Auf einen guten Kurs Und Ihm zur Seite stehen Unter anderem Darsteller wie Sherry Shepard Die kennt man aus Filmen Wie dem großartigen Precious Oder diversen Episoden Aus How I Met Your Mother Das heißt Da hat sie auf jeden Fall Auch schon einiges An Sitcom-Erfahrungen Weil Ja Also die Liste von ihr Ist sehr lang Nennen wir es mal so Welcher Charakter Welcher Charakter ist das? Eine seiner Kolleginnen Ach die Direktorin Richtig? Ja genau Die Direktorin Und was mich sehr gefreut hat Tatsächlich ist Dass Maggie Gihar mitspielt Oder Gihar Die spielt in Gotham mit Die Serie Rund um die Ja Heimatstadt von Batman Da hat sie in 20 Episoden Poison Ivy gespielt Also Fans von ihr sind hier Auf jeden Fall In einem Ja in einem klaren Kontrastprogramm Weil zwischen Poison Ivy Und einer Lehrerin Ist ein kleiner Aber feiner Unterschied Hm Ja ich muss ehrlich sagen Ich kenne wirklich Niemanden aus dieser Serie Außer Megan Price Die hat in der ersten Staffel Ein paar Gastfolgen gehabt Die spielte die Mutter Von einem der Schüler Und die hat zum Beispiel Mitgespielt in Keine Gnade für Dad Das ist quasi die einzige Person die ich kannte Außer natürlich Gabriel Iglesias selbst Alle anderen sind mir Relativ unbekannt Da ich aber auch die Serien Die du gerade angesprochen hast Noch nicht gesehen habe Halt nicht mein Fall Unbedingt Ja aber ich muss sagen Relativ rundes Ding Also wirklich sehr sehr Sympathische Charaktere Die da aufeinandertreffen Man muss dazu sagen Das Ganze soll natürlich Auch ein bisschen Sozialkritisch sein Das heißt Gabriel Iglesias Hat natürlich einen Latino Hintergrund Also als Mexikaner Sein bester Kumpel Tony der ebenfalls Lehrer an dieser Schule ist Hat das gleiche Genauso wie auch seine Schüler Latinos sind Oder auch Schwarze Und Asiaten Und all so ein Kram Es sind verschiedene Gruppen halt zusammengekommen Oder sagen wir mal Außengruppen Grandgruppen Wie man halt schon sagt Die halt leider Gottes Ein bisschen zu leiden haben In den USA Wie wir wissen Durch Black Lives Matter Und allerdings In der Seite Wird alles gezeigt Wie man es quasi Richtig machen könnte Das heißt die sind alle Miteinander befreundet Die respektieren sich Gegenseitig Sie unterstützen sich Versuchen sich Bei ihren Zielen zu helfen Und man hat halt Diesen Hass nicht Es ist wirklich So eine richtige Feel-Good-Geschichte Wo Also wirklich Happy End Das ist eine Sitcom Alles geht gut aus Es ist jetzt keine Große Überraschung Dass da irgendwie Sachen passiert Wo man sich denkt So oh mein Gott Das hätte ich ja jetzt Nie erwartet Es ist halt wirklich So eine einfache Feel-Good-Sache Natürlich auch Einfach zu konsumieren Die Folgen sind wie gesagt So 25 Minuten lang Also nicht ewig lang Eine Staffel Die erste waren Zehn Folgen Die zweite waren jetzt sechs Und wie schon gesagt Wurde die zweite Staffel Oder die zweite Hälfte Der zweiten Staffel Soll jetzt demnächst Noch rauskommen Ende Sommer Anfang Herbst Irgendwie sowas Es gibt noch kein Offizielles Datum Und dann geht die Sache Noch weiter Genau Und ja wie bereits gesagt Es ist einfach Zu konsumieren Das heißt Es ist Ja wie halt Sitcom-typisch Auch schon mal gut Was für nebenbei Und wie er bereits Angesprochen hat Ich finde auch Dass die Serie Trotzdem eine Ja eine sehr schöne Message verbreitet Dass man einfach Ja dass man Keine Angst vor Ja vor dem Anderen haben muss Man kann Hier sehr schön sehen Dass jeder mit jedem Befreundet sein kann Und wenn man Probleme hat Es gibt für alles Eine Lösung Und ich finde Das wird auch gerade In Staffel zwei Wieder sehr deutlich Weil es gibt Teilweise Episoden Wo Mr. Iglesias Ja ich sag mal Die Rolle des Wie heißt es Des Vertrauenslehrers Ein bisschen einnimmt Und das zeigt einfach Dass die Schüler Auch wissen Dass wenn sie Ein Problem haben Sie sich jederzeit An ihn richten können Und ich meine Das kennt man ja Auch ein bisschen Von der eigenen Schule Da gibt es In der Regel Auch immer Lehrer An die man sich Wenden kann Mit Ja mit Vertrauenssachen Und Das ist eine schöne Botschaft finde ich Ja definitiv Die Sache ist Die Gabriel Iglesias Selbst Ist ja wirklich Von Von Herzen her Ein Lehrer Er macht das ganze Wirklich aus seinem Herzen raus Er macht diesem Beruf Wirklich gerne Er hat Freude daran Den Schülern zu helfen Die dabei zu unterstützen Ihren Weg zu machen Und einen Abschluss zu kriegen Und wenn irgendwer Auf der Strecke bleibt Weil irgendwie Mit den Noten Nicht hinterher kommen Setzt er sich ein Um das irgendwie hinzukriegen Und schafft das auch Die restlichen dazu zu bringen Dem auch zu helfen Es ist wirklich so Eigentlich ein perfekter Traumlehrer So ein bisschen Utopie Möchte ich sagen Aber Es wäre halt schön Wenn alle Lehrer Diese Empathie hätten Sich um ihre Schüler zu kümmern Ja absolut Auf jeden Fall Also Ist jetzt kein Geheimnis Bei vielen Lehrern Ist auch Verbesserungsbedarf Oh ja Wie würdest du jetzt zurückdenken Hattest du gute Schüler Hattest du gute Lehrer Hattest du schlechte Lehrer Wie warst du die Wiege Ach da waren eigentlich alle dabei Manche mochte man Manche mochte man nicht Alles klar Eine andere Frage Hast du es auf Deutsch geguckt Oder auf Englisch Ich hab's auf Deutsch geguckt Okay Wie findest du die Synchronisation Ähm Die finde ich eigentlich relativ Relativ ordentlich Also ich gucke Sehr viele und sehr Sehr gerne Sitcoms Und Bei manchen Charakteren Beziehungsweise manchen Synchronstimmen Denke ich mir so Was haben die Produzenten Diverse deutsche Synchronsprecher Das ist alles toll Ich hab nur ein Problem Wenn du ein Fan Von einem Comedian bist Den du wirklich schon Ewig Jahre kennst Den du halt verfolgst Wo du die ganzen Stand-Up-Programme kennst Wo du schon Sachen mitreden kannst Weil du schon so oft geguckt hast Dann kommt es einfach Befremdlich vor Wenn du die Person Plötzlich auf Deutsch Reden hörst Ja absolut verständlich Und nur deswegen gucke ich es Auf Englisch Und ich muss sagen Manchmal ist es auch Etwas schwer zu verstehen Weil auch ein bisschen Slang gesprochen wird Der manchmal auch Sehr schnell gesprochen wird Und da muss ich auch Manchmal auch mal Zurückspulen Und das nochmal anmachen Oder vielleicht einen Untertitel anmachen Um alles zu verstehen Aber ich kann es halt Nicht auf Deutsch gucken Weil die Stimme von Gabriel Klingt einfach für mich falsch Auch wenn sie gut gemacht ist Ich hab es mir halt mal angeguckt Ein, zwei Folgen auf Deutsch Und muss dann sagen Aber ich kann es nicht Ich kann es einfach nicht Weil die Sache ist Die Gabriel Iglesias Spielt hat sehr mit seiner Stimme Der hat so ein bisschen Der macht doch in seinem Stand-Up-Programm Viel so mit Beatbox Mit Stimmen Da kann eine übelste Geile Frauenstimme nachmachen Da kann alle möglichen Personen imitieren Also der spielt sehr viel Mit seiner eigenen Stimme Ja Und jetzt weiß ich natürlich nicht Wie haben die das Im Deutschen umgesetzt Wenn er da Weil das macht er ja auch In der Klasse quasi In der Schulklasse Wenn er da irgendwie Unterricht macht Benutzt er quasi Den gleichen Humor Wie er es auch auf der Bühne Im Stand-Up macht Ja Da kann ich jetzt leider Nicht so den Vergleich ziehen Aber er kommt schon Sehr witzig rüber Also Das kann man auf jeden Fall Sagen Und was ich halt Auch sehr interessant Und Ja sympathisch finde Ich weiß nicht jetzt Wie das im Englischen ist Aber Ich finde es gibt in der Serie Und das war auch in Staffel 1 schon Es gibt sehr viele Witzige Anekdoten Zu Serien und Filmen Und Für mich als Vollblutnerd Ist das natürlich Gold wert Ja Definitiv Das ist eine schöne Anspielung dabei Wobei ich jetzt keine auflisten kann Das ist mein Problem Ich weiß dass einiges kommt Aber ich kann gerade nicht Auflisten was es war Das hätte ich mal mitschreiben müssen Verdammt Hast du was für ein Beispiel Fällt dir noch was ein Tatsächlich nicht Verdammt Das gleiche Ah Mist Ja Okay Was man noch sagen muss Gabriel Iglesias Der mag halt gerne essen Er ist halt nicht fluffy Ohne Grund Genauso wie ich Er mag gutes Essen Und natürlich Als gebürtiger Mexikaner Mag er natürlich auch Diverses mexikanisches Essen Wobei das ist Seine Lieblingsspeise Das ist natürlich Chocolate Cake Also Schokoladenkuchen Kann man ihm nicht verübeln Und Er mag zum Beispiel Tacos Das ist halt Meine Lieblingsfolge Das ist Folge 5 In der Staffel 2 Da geht es quasi Eigentlich nur um Tacos 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 Und Vor der Schule Ist quasi Ein Essenswagen Wo die Lehrer Und Schüler halt hingehen In der Pause Sich ihr Essen holen Und Es gibt einen kleinen Streit Weil Eine der Mitschülerinnen Marisol Heißt sie Eigentlich so die Die wichtigste Person Unter den Schülern Würde ich jetzt mal behaupten Gespielt von Was muss ich richtig aussprechen Cree Cicinho Oder Cicinho Ebenfalls Mit Mit Wurzeln aus Ecuador Wie ich gelesen hab Quasi auch Latina Wenn man so will Und wohnt allerdings in den USA Ist in den USA aufgewachsen Hat allerdings Halb familiäre Wurzeln Irgendwo in Südamerika Oder Mittelamerika Und sie spielt quasi eine Ebenfalls eine Mexikanerin Und das Thema kommt auch relativ Oft auf Ja Es wird also benutzt das Thema Und sie regt sich auf Dass der Taco Verkäufer Ein Koreaner ist Und kein Mexikaner Und sagt sie Das ist nicht authentisch Wenn ein Nicht Mexikaner Tacos verkauft Und Seitdem kommt die Stelle Wo der Taco Verkäufer In die Klasse reinkommt Und An jede kostenlose Tacos Verteilt Und dazu kommt Dass sie quasi eine Liebschaft Mit einem anderen Mitschüler hat Und Natürlich muss man Zu seiner Freundin halten Wenn es um solche Sachen geht Aber er kann nicht Weil er liebt diese Tacos Einfach zu sehr Und er sitzt halt da Und isst die Tacos Und so Oh die sind so gut Und dann guckt er Regelmäßig zu seiner Freundin Nach rechts so Tut mir leid Tut mir leid Und dann ist er halt weiter Und sagt oh schmeckt so gut Schmeckt so gut Und dann guckt er wieder nach rechts Und sagt so Es tut mir so leid Es tut mir so leid Und das ist wirklich Meine absolute Lieblingsfolge In dieser Staffel 2 Wo es halt um Tacos geht Und den Plot Will ich natürlich jetzt nicht verraten Wie das dann ausgeht Aber Es ist wirklich sehr cool gemacht Da kommt wieder diese Diese soziale Botschaft Die wir vorhin schon angesprochen hatten Dieser Dieses Miteinander Statt Gegeneinander Ja auf jeden Fall Und natürlich Eine sehr interessante Und witzige Momentkomik Weil ich meine Essen ist einfach Essen ist Liebe Ich glaube das trifft es ganz gut Und ich denke mal Die Hörer Wissen wovon wir reden Wie hat er gesagt Manchmal will dein Magen Was anderes als dein Herz Hör immer auf deinen Magen Hat er gesagt Ja Oftmals die bessere Variante Es tut mir so leid Es tut mir so leid Ja Also Wirklich sehenswert Ich finde sie gut Ich finde sie sehr unterhaltsam Ich kann sie empfehlen Es ist halt einfach Es ist halt nichts krasses Wo man jetzt sagen muss Es muss man unbedingt gesehen haben Natürlich als Fan von Gabriel Gläser Wie ich bin natürlich Absolutes Pflichtprogramm Wie würdest du es ans Herz legen Ich würde es auf jeden Fall Jedem ans Herz legen Der Ja Auf gutes Essen steht Nein Spaß Ich würde es jedem ans Herz legen Der Ja Ein Herz für Sitcoms hat Der Einfach mal leichte Und witzige Unterhaltung Haben möchte Der Ja Spaß an Originellen Charakteren hat Und ich denke mal Wie in einigen Sitcoms auch Hier kann man sich eigentlich Relativ häufig Selbst wiederfinden Also In vielerlei Hinsicht Also es ist jetzt nicht nur Mit Mr. Iglesias selbst Es ist so In der Staffel habe ich mich Tatsächlich in einigen Charakteren Wiedergefunden In verschiedenen Ja Hinsichten Sei es die Charakterbildung Sei es die Momentkomik Das ist auf jeden Fall hier Für jeden Der gerne lacht Ich glaube das trifft es ganz gut Gut Alles klar Möchtest du noch was anderes erzählen Oder noch was dazu sagen Was mich jetzt interessiert Welches Staffel hat dir bisher Am besten gefallen Oh das ist schwierig Das Problem ist Dadurch dass die Staffel 2 So geteilt wurde Habe ich das Gefühl Es fehlt halt noch irgendwas Ja Also Um den Hauptplot mal zu erzählen In der ersten Staffel geht es ja quasi Um diese Klasse Die eigentlich aufgegeben wurde Und dann heißt es Okay Wir versuchen es doch irgendwie hinzukriegen Den Abschluss zu machen Das heißt die gehen dann auch In der Sommerpause zum Beispiel durch Und lernen die ganze Zeit Und haben so Noch nebenbei Klassen Und haben nebenbei noch so So ein Talent Wettbewerb am Laufen Und in der zweiten Staffel Geht es dann quasi darum Sich auf diese Tests dann vorzubereiten Was glaube ich das letzte Jahr ist Bevor die dann Abschluss machen Genau Und dann nebenbei gibt es dann noch Gute Frage Krübel 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 Ja wie gesagt Ich muss sagen Also von allen Folgen Von allen 16 Folgen Die es bisher gibt War diese Folge mit den Tacos Echt die witzigste von allen Weil dieser Running Gag Durch die ganze Folge geht Ich habe wirklich nur Geschrien vor Lachen So Krübel Und es ist schwer zu sagen Das ist so wie dein Lieblingskind Was ist dein Lieblingskind Das ist Auf die Idee kommst du ja auch nicht Ne So Oh Weiß ich nicht Ja aber was ist denn das Lieblingskind Ich will das nicht Keine Ahnung Also Ich finde tatsächlich bis jetzt Staffel 1 besser Aber ich glaube wie du auch schon gesagt hast Dadurch dass wir erst 6 Folgen von Staffel 2 gesehen haben Ist es noch ein bisschen schwierig da Ja da ein Endfazit abzugeben Also ich meine vielleicht treffen wir uns bei den nächsten 6 Folgen einfach wieder Und sprechen dann über das Thema Aber für mich fühlten sich die ersten Folgen bis Also die erste Staffel bisher ein bisschen runder an Weil das bereits angesprochene Theaterstück mich Ich will nicht sagen dass es mich genervt hat Aber dass es sich über Ja durch fast alle 6 Folgen gezogen hat Fand ich irgendwann ein bisschen Ja Zu viel des Guten Das ist aber Tatsächlich nur meine persönliche Meinung Weil im Kern war es natürlich ein lustiger Plot Ja Würde ich auch sagen Also ich würde es einfach sagen 50-50 bei mir Die 6 Folgen sind sehr intensiv Sehr witzig Und wenn man diese Witzigkeit auf die 10 Staffeln verteilt Finde ich die halt so gleichmäßig Wenn es aber noch 6 weitere Folgen kommen Die auf dem gleichen Level bleiben Wie die ersten 6 Folgen der 2. Staffel Da würde ich sagen die 2. Staffel ist besser Da ist nochmal eine Runde gestiegen Und ich möchte mal dazu sagen Diese Cree Cicino Von der ich gesprochen habe Eine sehr junge Schauspielerin Die schon ein paar Erfahrungen hat Die hat bei Nickelodeon ein paar Sachen mitgemacht Und noch ein paar anderen kleinen TV-Produktionen Die wir in Deutschland vielleicht nicht kennen Ich glaube von der werden wir in Zukunft noch viel sehen Die hat es echt drauf Verdammt gute Schauspielerin Die spielt diese ganze Rolle Diese ganzen emotionalen Sachen richtig richtig gut Und ich glaube das ist so ein kleines Sprungbrett für ihre Karriere würde ich behaupten Ich glaube von der werden wir noch ein bisschen mehr sehen Ja da darf man auf jeden Fall gespannt sein Ja Okay kommen wir zur Bewertung Auf einer Skala von 1 bis 5 Tacos Wie viel würdest du geben? Uh schwer zu sagen Ich würde höchstwahrscheinlich Ja aus dem Blickwinkel Dass es erst 6 Folgen sind Würde ich höchstwahrscheinlich Gute 4 Tacos hergeben Mit einem kleinen Hauch scharfer Soße Sehr schön Ja ich gebe ebenfalls 4 Tacos Um es auf Spanisch zu sagen Also ebenfalls 4 von 5 Tacos Weil halt die Staffel noch nicht vorbei ist Weil es halt so Es wirkt nicht rund Es wirkt nicht abgeschlossen Es ist so Es bleibt so im Raum stehen Und man merkt es fehlt halt irgendwas Ja Und deswegen Kann ich nicht mehr geben Aber auch nicht schlechter Weil ich einfach so ein großer Fan von Fluffy bin Bin ich einfach Fan In dem Fall gebe ich euch den Rat Wenn ihr den Typen mögt Und ein bisschen Englisch könnt Guckt euch die Stand-Up-Programme an Es gibt auf Netflix mehrere Stand-Up-Specials von ihm Und die die nicht mehr drin sind Gibt es zum Beispiel auch bei YouTube Könnt ihr euch da reinziehen Mein Lieblings immer noch Aloha Fluffy Sein Special auf Hawaii Apropos Noch eine Sache Fluffy Also Gabriel Iglesias Ist ein riesengroßer Fan Vom deutschen VW-Bully Dieser berühmte VW-Bus Den du im Intro von der Serie siehst Ja Und der Typ ist halt wirklich In Wirklichkeit auch wirklich so ein Freak davon Der Typ hat eine riesengroße Halle So eine riesengroße Garage Da stehen 20, 30 verschiedene Bullys Aus verschiedenen Jahren In verschiedenen Modellreihen drin Und es gibt ja auch noch die eine Folge Wo es quasi um diese grüne Woche geht Da ist so ein Projekt Wo es um Umwelt geht Und so ein Kram Und da treten verschiedene Schulen Gegeneinander an Da geht es zu verschiedenen Handlungen Und Dinge die man tut Gewisse Punkte Und es gibt nur noch eine Möglichkeit Dass die Schule den Platz 1 kriegt Und das ist Wenn ein Lehrer sein Auto verkauft Und dann nur noch mit dem Fahrrad auf Arbeit kommt Und man sieht halt den Bulli Wie der auf dem Parkplatz steht Und die entscheiden sich Oder er sagt Okay, ich setze mich für meine Schüler ein Und ich verkaufe meinen geliebten Bulli Und man hinterfragt das Ganze erstmal klar Und man sieht halt einen Lehrer Der sein Auto mag Aber in Wirklichkeit Liebt er diese Karre halt wirklich Also der hat wirklich eine riesengroße Sammlung An VW-Bullis Und das finde ich halt so authentisch Dass er halt ein paar Sachen Aus seinem echten Leben In diese Serie einbaut Und das finde ich wirklich sehr, sehr cool Ja, baut auf jeden Fall noch mal So eine extra Portion Sympathie auf Ja, sammelst du auch Autos? Also ich ja auch, ne? Ich habe so 50 Mercedes hier rumstehen, ne? Ja, normal Ich habe auch 350 Autos in der Garage Auf der Xbox Alles klar Und damit ist meine Werbung für Fluffy schon wieder vorbei Ja, in diesem Sinne Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde René, danke für deine Zeit Gerne, gerne In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Noch viel Spaß Und bleibt gesund Ciao Ciao